Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden, selige Genien. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht wie die Finger der Künstlerin heilige Seiten. Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen, Keusch bewahrt in bescheidener Knospe, blüht ewig ihnen der Geist, Und die seligen Augen blicken in stiller ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen, Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blind Links von einer Stunde zur andern, Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab. Ebenso wie Goethe im Gesang der Parzen stellt auch Hölderlin in diesem Schicksalslied Götter und Menschen einander gegenüber. Und ebenso wie Goethe den Gesang der Parzen einer Person in den Mund legt, Der Iphigenie, so singt es hier Hyperion. Auf diese Weise kann man einerseits die antike Götterwelt als Personifikationen für die Schicksalsmächte nehmen, Andererseits sich auch von darin ausgedrücktem fatalistischen Schicksalsglauben wieder distanzieren. Dunkel, hart, unselig ist dagegen unsere Welt. Genien sind hier verallgemeinert die Wesen in der Götterwelt, Nicht unbedingt nur die Schutzgeister, die sie ursprünglich in der römischen Mythologie darstellen. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht wie die Finger der Künstlerin heilige Seiten. Das Göttliche ist also vor allem, von Schönheit angerührt zu werden. Darum der Vergleich mit den Seiten vielleicht eine Art Harfe. Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen. Immer gleich ohne Schicksal ist dieses Dasein. Einerseits ist dieses Dasein mit dem des Säuglings vergleichbar, der von Schicksal nichts weiß. Andererseits »Keusch bewahrt in bescheidener Knospe blüht ewig ihnen der Geist Und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit«. Während der Säugling seinen paradiesischen Zustand gewissermaßen aus einer Art Bewusstlosigkeit bezieht, haben die himmlischen Wesen auch noch einen ewig klaren Geist, der sozusagen absolute Erkenntnis spendet. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Der säuglinghaften paradiesischen Ruhe im Götterei steht das Getriebensein im Menschenleben gegenüber. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blind links von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab. Nicht nur, daß die Menschen Getriebene sind, widerstandslos wie das Wasser in der Felsenbrandung, sie sind es auch noch blind links, ohne Aussicht auf eine Erkenntnis des Wozu. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!